Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, wir sind Freibär hoch 2. Eigentlich sind wir 3 Mann, aber wir konnten nur 2 heute. Was ist das? Ja. Wir spielen jetzt in Freiglade. Wir fangen jetzt an. Wir spielen unser erstes Lied, ein deutschsprachiges Lied. Du musst kein Deutsch sprechen. Haben Sie gesehen? Ich verstehe kein Deutsch, aber ich höre es. Alles klar. Wir fangen an. Ich spreche doch gerne. Ich spreche doch gerne. Ich spreche doch gerne. Oh. Es ist immer da, wo was los ist. Immer unten in der Stadt. Wo die kleine Welt ganz groß ist. Sie zieht sich an den Lichtern satt. Sie erzählt an und an von dem und dem. Sie hat jeden Schuhe gehabt. Denn wenn sie sich selbst nicht ganz so fliegt, Sie hat zumindest den Kontakt. Und sie träumt von Chicago. Von Chicago. Irgendwo, wo sie keiner kennt. Und sie träumt von Chicago. Von Chicago. Oh. Ich bin nach Chicago, nach Chicago, in Freude, wo ich keiner kenne. Nach Chicago, nach Chicago, doch immer, immer dein Nachnetz. Wenn man mir erzählt, welchen Traum sie lebt, muss sie schnell zurück. Auch wenn sie kurz schläft, soweit das Licht ergeht, dann muss sie schnell zurück. Ich hab nur gesagt, das ist cool, wir haben das. Sollte bis sie nicht gekauft, vielleicht hat sie es nicht gemacht. Nur eine kleine Nachricht ist alles, was sie hinterlassen. Ich bin nach Chicago, nach Chicago, in Freude, wo ich keiner kenne. Ich bin nach Chicago, nach Chicago, nach Chicago, nach Chicago. Ich bin nach Chicago, nach Chicago, nach Chicago, nach Chicago. Bravo!